Also scheinst du vielleicht doch nicht den selben Weg zu haben. Na, guck mal. Aufmach. Schön, meine AKL-Ei-Ballad. Ne, jetzt hab ich schon noch. Ja, hast du ja auch nie aufgeliefert. Ja, schön. Diese fliegenden Teile sahen auch, siehnen wirklich aus wie fliegende Hocke oder so. Wir sind woanders. Na, okay. Ist alles richtig gemacht. Oh, setz die Maske ab. Ey. Und Major Zero? Ne, schade. Socker. Oh Gott. Wie dein Emo, Junge. Wie ganz? Get your hands off me. I'm not going anywhere. Really now? How many times must I tell you? Tonya. 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 Each time you resist, your lover will suffer the consequences. Is that clear? Volgen. 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 You. Aber spricht der Knoisse. Hold on. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ich bin der Fall. Oh, oh. Oh, oh. Hold it right there, traitor. Let's find out just how lucky you are. Let's go. Watch closely. One of these three guns has a single bullet in it. I'm going to pull the trigger six times in a row. Are you ready? Huh. Looks like your luck hasn't run out yet. Hmm. 1 1 1 1 2 1 4 3 2 1 Ich bin der Kühler. Du bist besser in line von jetzt. Die Cobras werden ihn geholfen. Was ist der C.I.A. D.O.G. noch nicht? Der Schmerz ist tot. Was? Der Schmerz ist ein Kind, aber er ist definitiv ein von dir. Ich glaube, Khrushchev hat eine Hand in das. Wir haben keinen Zeitpunkt zu verlieren. Sie müssen ihn vor der finalen Tests eliminieren. Keine Angst. Sie werden es können. Ich werde ihn zu dir, den F.I.A. D.O.G. Der Schmerz ist immer schlafen. Ist er alles gut? Der Schmerz ist schlafen, was er left in ihm hat. Normalerweise, er ist tot. Aber er wird wundern, wenn der Zeit richtig ist. Und wenn er das, wird der Schmerz für den Schmerz sein. Der Schmerz ist nicht wert, wenn der Schmerz ist. Sie werden wieder auf dem Schmerz sein. Sie werden nicht rauskennen. Kommi, komm. Komm. Jetzt du schlafen. Die Sorrow, ist das du? Gut, na, lass mich nachstehen, entschuldige Oh, da haben wir sie nachwachen Oh, guck mal, du musst gegen dich einkampen Oh, okay So, ich frag mal, ob ich meine Gesundheit ein bisschen regeneriert hab Dessen könntest du ja die Maske absetzen Das könnte ich allerdings tun, das ist richtig Das ist nicht unbedingt von Vorteil, ich nehm einfach keine Bemalung Wenn wir mal mehr richtiges Gesicht sehen, vernünftig Oh, guck mal, Schwarz, ist ja wunderbar Nein, dieser Gar nicht mal schlecht So, brauch ich denn noch irgendwas? Ich glaub, die Fackel kannst jetzt ablegen Wieso denn? Nein, hier nicht Bei dem anderen ist das Versuch gewesen Ja, genau Kannst du auch, brauch ich nicht So nah, irgendwo So nah brauch ich grad nicht So nah brauch ich grad nicht Fakkel ist doch auch schön Kann ich rausfahren, genau Sehr schön Hast du noch andere, unten? Brauch nichts davon, leider Wie bekannt Hm Okay Kannst du mal was essen und kosten, wie es schmeckt Soll ich ja Ja, natürlich Vielleicht bist du auch verletzt, musst du mal gucken Tatsache Schwere Verbrennung, kein Verband angelegt Das ist Albe nicht aufgetragen Zuerst Albe, ne? Und das Wurst Oh Okay Na gut Essen So eine Krabi hier Was gab's denn noch? Was gab's denn noch? Ja, so ein Flegermaus Oder eine Cobra Und eine Haucherin, komm Das hast du Bauchweh So eine Vieh vielleicht, man sieht Gibt's nicht aus Ja, mach noch Mehr als Bauchmaß zu haben Es ist roten Es ist roten Und noch so eine Flegermaus Mhm Es ist roten Okay Es ist roten Hast du nicht letztens auch gegessen? Hm Vielleicht liegen die schon zu lange drin Das ist einfach nur so Ah 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 Als musst du Bauchschmerzen wegmachen Ja genau Der Arme Äh Bauchschmerzen Gut ja Besser als nischt So einfach Was rüste ich denn mal zum Anfang Das hebe ich mir mal auf Vielleicht äh äh Den Schauschütze Dass du da schon mal Dann muss ich sie aber trotzdem ausrüsten Das habe ich nämlich noch nicht gemacht Ach so Ich hab doch gerade gesagt Schauschütze brauche ich vielleicht nicht Das wird nicht mehr gehen Gibt es da auch eine Maximalbegrenzung Nicht nur Kilogramm Sondern 8 steht ja da Ja 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 für sie n kann ich von hier aus nicht anschießen ne Ja aber die anderen Kannst du nicht Richtig zielen Mit R1 Nein Oder Wie das ist Ah ja Das geht mit R1 Aber soll ich die angreifen ja Ähm Naja Das ist jetzt Ein Endkampf würde ich jetzt mal so behaupten Das ist ja entweg Stimmt Sehr schön Aber guck mal Glaubst du du wirst an denen so vorbeikommen Ich schieß Ach so Jetzt werden die hjörer sind Dann können's überhaupt nichts machen eigentlich Guck mal ich glaub sie ist noch da Such mal da ran Und auf links Ach nee das ist n Okay Eh cool der Schicksal die Schöne auch nicht machen was ist jetzt das lege ich nicht in gute Position also halber unter dem Felsen das sind auch alle weg also ist keine vorsicht nach sowas das hast du sehr gut gemacht ich merke schon du kannst das hier ja aber nicht für das erkunden oder vor den munition verschwenden fürs erste gleiche sicher gehen mal einen schritt schneller mädchen die die vorsicht noch da für ein paar schritte an sich aber das ist okay Ich glaube, da ist wieder nichts ausgerüstet. Achso, wenn er schwimmt. Tja, ungesehen alle weg ist ein Alper. Ich glaube, das ist meine Lieblingswaffe. Bis hier. Hier in so engen Sachen macht sich das ein bisschen nüßig. Okay. Okay. Okay.